eine kleine info liebe leute für alle die stadt bekommen haben heute streame ist ab 20 uhr live und werden wir dort die snes classic mini ein bisschen anschauen alle 21 games die drauf sind naja nur 20 weil ich noch nicht weiß ob ich es über zappen werde mir starfox 2 anzuschauen aber auf jeden fall werde ich mir die ganze konsole ein bisschen anschauen ich glaube das wird eine coole sache und ich würde mich freuen die dabei seid dies einfach nur als info heute ab 20 uhr live bis später